Multivitamine sind ein Nahrungsergänzungsmittel, die eine Kombination von verschiedenen Vitaminen enthalten. In unserem Fall sind das Kapseln, die die 13 bekannten Vitamine, Vitamin A, Vitamin B-Komplex, sowie Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E und Vitamin K1 enthalten. Die einzelnen Vitamine sind für verschiedene Funktionen im Körper unerlässlich. Unter anderem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung eines gesunden Stoffwechsels. Sie regulieren die Verwertung von Cholidrat, Fett, Eiweiss und Mineralstoffe. Sie dienen der Unterstützung von unserem Immunsystem und der Förderung des Zellwachstums. Häufig arbeiten die Vitamine zusammen, um eine optimale Gesundheit zu gewährleisten. Entsprechend ist eine ausreichende Menge dieser Vitamine sehr wichtig. Unser Körper kann die erwähnten Vitamine bis auf das Vitamin D nicht selber herstellen. Entsprechend muss unser Körper die Vitamine aus der Nahrung und oder aus Nahrungsergänzungsmitteln beziehen. Natürliche Quellen für die Vitamine sind beispielsweise frische Früchte und Gemüse. Durch eine falsche Lagerung oder Verarbeitung von diesen Lebensmitteln verlieren aber Früchte und Gemüse sehr schnell an Nährstoffen. Entsprechend können die wichtigen Vitamine durch die normale Ernährung möglicherweise gar nicht ausreichend aufgenommen werden. Folgendes kann eine zusätzliche Supplementierung zur Ausgleichung von diesen Nährstoffdefiziten beitragen. Ein Vitaminmangel kann sich auf verschiedene Arten bemerkbar machen, abhängig vom spezifischen Vitamin, den der Körper zu wenig bekommt. Ich gehe gerne auf ein paar Beispiele ein. Bei einem Vitamin-A-Mangel ist eine verminderte Sehfähigkeit bei schlechten Leichtverhältnissen ein mögliches Symptom. Auch trockene Haut und Augen oder Anfälligkeiten für Atemwegsinfektionen können auf einen Mangel herdeuten. Ein Vitamin-B12-Mangel macht sich beispielsweise durch Müdigkeit, blasse Haut, Taubheitsgefühle oder Kribbeln in den Extremitäten, Gedächtnisprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten bemerkbar. Ein Vitamin-C-Mangel äussert sich unter anderem durch Müdigkeit, Zahnfleischbluten und langsamer Wundheilung, einem verminderten Immunfunktionssystem und häufigen Infektionen. Auf einem Vitamin-D-Mangel können unter anderem Muskelschwäche und Knochenschmerzen, Müdigkeit und Erschöpfung, Stimmungsschwankungen und Depressionen sowie verminderte Knochen mineraldichte herdeuten. Die Leiste ist natürlich bei weitem nicht vollständig. Gegenüber den meisten Multivitaminpräparaten enthalten unsere Multivitaminkapseln keine Trenn- und Fliessmittel und auch sonst keine bedenklichen Zusatzstoffe. Unsere Kapselhüllen sind aus pflanzlichem Ursprung und damit auch für Veganer geeignet. Ausserdem sind die Kapselhüllen transparent. Das heisst, wir verwenden keine schädlichen Schadstoffe für unsere Kapseln. Und nicht zuletzt sind unsere Multivitaminkapseln gegenüber vielen anderen Multivitaminkapseln gut auf lange abgestimmt für eine optimale Wirkung. Bereits eine unserer Multivitaminkapseln deckt den Tagesbedarf von diesen 13 wichtigen Vitaminen. Wie bereits erwähnt werden Multivitaminkapseln häufig zum Ausgleich von Nährstoffdefiziten und als Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung eingenommen. Sie können insbesondere für Personen nützlich sein, die Schwierigkeiten haben bestimmte Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen. Nicht nur bedingt durch eine geringe Menge bei der Nahrungsaufnahme, sondern auch durch eine verminderte Aufnahme wie beispielsweise bei älteren Menschen, Schwangeren, Personen mit bestimmten Ernährungsrestriktionen oder Menschen, die an bestimmten Krankheiten leiden. Unsere Multivitaminkapseln – Deine All-in-One-Vitaminversorgung. NDR 20 garbage MDR 22 im IC im IC in IC Len na